Schnelle Autos, heiße Miezen und Luxusvillen. Jahrelang geht es im Leben von Kim.com nur darum, Party zu machen. Der skurrile Deutsche mit beeindruckender Statur ist der Gründer von Mega Upload. Ab 2007 nutzt jeder die Webseite, um illegal Filme und Musik herunterzuladen. Sie macht ihn reich und berühmt, aber gleichzeitig zum Staatsfeind Nummer 1 der USA und der großen Hollywood-Studios. Sein Leben war wie eine Fernsehserie, ein Film oder ein YouTube-Video. Die große Party wird 2012 vom FBI beendet und damit auch Kim.coms Größenbahn. Am 19. Januar 2012 dringen 70 Beamte, unterstützt von Hubschraubern, in sein Anwesen in Neuseeland ein. Der Zugriff ist kurz, aber spektakulär, fast wie in einem Hollywood-Action-Movie. Die Bilder dieser Überwachungskameras gehen um die Welt und begründen Kims Status als Märtyrer des Internets. Der Krieg um das Internet hat begonnen! Kims Geschichte ist unglaublich. Ein junger, völlig unbekannter Hacker, kein Genie, der unter seinem Äußeren leidet, steigt aus dem Nichts auf. In dem er von den unregulierten Anfängen des Internets profitiert und sich selbst zu einer grellen Persönlichkeit stilisiert. Er spielt mit seinem Image. Zunächst heißt er nicht Kim.com, sondern Kim Schmitz. Er ist Deutscher und kommt aus einfachsten Verhältnissen. Sein Erfolg war nicht vorprogrammiert. Angeber, Betrüger oder Genie? Hier ist die unfassbare Geschichte des Megapiraten Kim.com. Kim.com wird am 21. Januar 1974 als Kim Schmitz in Kiel geboren. Sein Vater ist Kapitän und arbeitet jeden Tag im Hafen. Seine Mutter Annelie stammt aus Finnland. Die Familie lebt ein bescheidenes Leben in einem tristen Vorort von Kiel. Die Häuserblocks sehen alle gleich aus. Sein Lächeln verbirgt, dass er eine sehr schwierige Kindheit hat. Er kam aus einer Arbeiterfamilie. Sein Vater war Alkoholiker, seine Mutter hatte Depressionen. Sie lebten in einer armen Gegend, in der nichts los war. Der Vater verprügelt seine Frau und seinen Sohn regelmäßig. Kim und seine Mutter enden manchmal sogar im Krankenhaus. Um ihren Sohn vor den Wutanfällen ihres Mannes zu beschützen, verlässt Annelie ihn. 1985 ist der Junge elf Jahre alt. Er wächst schnell und wird über zwei Meter groß. Eine ungewöhnliche Größe. Zu groß, zu dick, Kim wird von seinen Klassenkameraden gehänselt und entwickelt sich zu einem introvertierten, verschlossenen Jungen. Um das Leben ihres Sohnes ein bisschen schöner zu gestalten, kauft ihm Annelie eine seltsame Maschine. Einen Commodore. Seine Mutter fühlte sich schuldig, dass er ein trauriges Leben hatte und schlecht in der Schule war. Sie sparte, wo sie nur konnte, um ihm diesen Computer kaufen zu können. Douglas Alves, ein Hacker, der einige Jahre später mit Kim in Kontakt steht, weiß genau, was in dem Jungen vorgeht, als er den Computer bekommt. Für jemanden, der isoliert ist und kein besonders aufregendes Leben hat, sind Videospiele und Computertechnik ein Weg, etwas zu erleben. In Spielen zu reisen, neue Erfahrungen zu machen, Dinge zu tun, die man im Alltag nicht tun kann. Kim verbringt mehr und mehr Zeit vor dem Computer. Er kennt sich schnell super aus mit dem komischen Ding, das nicht mehr ist als eine Tastatur, die mit dem Fernseher verbunden wird. In seinem Zimmer entflieht der Teenager seinem tristen Leben, in dem alles immer gleich ist. Er findet Zuflucht in den fantastischen und farbenfrohen Welten der Videospiele. Da er schon als Kind und auch als Teenager sehr dick war, brauchte er einen Ort, an dem er der Gewinner sein konnte. Die Maschine machte wieder gut, was in seiner Familie schief lief und erlaubte ihm, in eine andere Welt einzutauchen. Und das sollte sein zukünftiges Leben prägen, IT, Computer. 1987 ist Kim 13. Er sitzt ständig vor dem Rechner und entdeckt, dass er mit der Maschine auch andere Dinge tun kann, als nur zu spielen. Er fängt an zu programmieren und verbessert den Programmcode. Damals konnte man auch wirklich begreifen, wie die ganze Sache aufgebaut ist. Die damaligen Commodore 64 oder andere 8-Bit-Computer hatten noch keine grafische Benutzeroberfläche, wie Windows, mit Ordnern und einem Schreibtisch. Der Programmcode war offen zu sehen. Und das war eine Einladung, selbst zu programmieren. Stundenlang perfektioniert er sein Können. Obwohl die Technik sehr einfach ist, gelingt es ihm, sich über den Telefonanschluss und eine Mailbox in eine vorsintflutliche Version des Internets einzuloggen. Und so taucht er in die für ihn völlig neue Welt der Computerfreaks ein. Die frühen Versionen des Internets waren eine Befreiung für ihn. Er konnte mit Leuten auf der ganzen Welt Kontakt aufnehmen, ohne das Haus zu verlassen. Es gab eine internationale Gemeinschaft, bevor das Internet existierte. Programme und Spiele wurden per Mailbox ausgetauscht. Oder per Post. Über dieses Netzwerk vor dem Internet sammelt Kim Videospiele. 1989 ist er 15 und entdeckt, dass er die Spiele mit einem einfachen Code auf eine Diskette kopieren kann. Er beginnt die Raubkopien der Spiele zu verkaufen, um sein Taschengeld aufzubessern. Mit diesem schnell verdienten Geld kann sich Kim endlich den modernen Computer kaufen, von dem er träumt, sich aber nicht leisten kann. Er bricht die Schule ab, um sich seiner Leidenschaft vollständig zu widmen. Er hat eine Vision. Mit seinen IT-Kompetenzen wird er jemand werden und das triste Kiel verlassen. Er hatte keine glückliche Kindheit und er wollte die unbedeutende Stadt Kiel so schnell wie möglich verlassen. Um jemand zu werden. Jemand, den die Leute auf der ganzen Welt kennen. 1990 zieht Kim Schmitz nach Berlin. Die Mauer ist gerade gefallen und in der neuen Hauptstadt ist alles möglich. In der Stadt brodelte es. Alle wollten dabei sein. Viele Computerfreaks zogen nach Berlin. Es gab eine junge Hacker-Szene. Und er wurde Teil dieser Szene. Der Junge zog nach Berlin, um Leute zu treffen und zu lernen. Und gleichzeitig sein Leben zu verändern. Endlich war er an einem Ort, wo was los war und er etwas erreichen konnte. Kaum ist er angekommen, macht er sich zum Alexanderplatz auf. In diesem Gebäude hat der größte Zusammenschluss von Hackern in Europa seinen Sitz. Der CCC, der Chaos Computer Club. Kim verbringt mehr und mehr Zeit dort und nimmt an Konferenzen teil, in denen sich die jungen, rebellierenden Hacker austauschen. Noch glaubt man an eine utopische Zukunft. Es waren Freaks, die genau wissen wollten, wie die Dinger funktionieren. Aber auch Philosophen, die glaubten, dass Computer die Welt zu einem besseren Ort machen. Und auch ein paar Verrückte, wie in allen Bewegungen, die die Welt verändern. Die Hacker waren tendenziell eher linksorientiert. Sie wollten teilen und nicht Geld verdienen. Ihnen ging es nicht ums Geld, sondern nur um den Inhalt ihrer Arbeit. Sie verständigten sich in einer technischen Sprache. Jemand, der nichts über IT und Computer wusste, konnte sie nicht verstehen. Um ein Mitglied des CCC zu werden, muss Kim Schmidt seine Computerkenntnisse demonstrieren. Aber die ersten Programmiersitzungen zeigen, dass er nicht so talentiert ist, wie er immer denkt. Kim war kein guter Hacker. Aber er war sehr geschickt darin, die Kenntnisse und Kompetenzen anderer für seinen eigenen Vorteil zu nutzen. Natürlich verstand er die Technologie. Er war kein Dummkopf. Er hatte kapiert, welchen Nutzen ihm seine neue Umgebung bringen kann. Diese Erkenntnis bestimmt sein weiteres Handeln. Er hängt im CCC ab und freundet sich mit anderen jungen Hackern an, die talentierter sind als er. In dieser Zeit lernt er Emmanuel Gaudet, einen französischen ITler, online kennen, der später einer der leitenden Manager bei Mega Upload wird. Er hatte das Talent, sich mit kompetenten Leuten zu umgeben und sie für sich arbeiten zu lassen. Er ist eine sehr spezielle Persönlichkeit. Er weiß, wie man Leute anzieht. Manipuliert ist nicht das richtige Wort. Sagen wir, wie man sie dazu bringt, bei seiner Vision mitzumachen. Kim erinnert sich an die Videospiele, die er auf dem Schulhof verkauft hat. Er macht sich daran, profitablere Daten zu finden und zu verkaufen. Seine Gruppe, die sich Dope nennt, stiehlt eine Liste von PBX-Codes von den Servern amerikanischer Firmen. Mit den Codes kann man kostenlos telefonieren. Die Raubkopien verkauft er zu einem guten Preis. Er war kein Hacker, aber er begriff, dass man mit Hacken Geld verdienen kann. Die wirklichen Hacker hatten daran kein Interesse. Er hatte keine Skrupel. Er konnte riechen, dass man in der Hacker-Szene Kohle machen kann. Und deswegen gab er vor, ein Teil davon zu sein. Dank des Verkaufs der Telefoncodes kann sich der 18-Jährige einen Namen in der Berliner Hacker-Szene machen. Er ändert seinen Namen und nennt sich ab sofort Kimball. Eine Anspielung auf die Hauptfigur in der Fernsehserie Auf der Flucht. Als kleiner Junge war Kim fasziniert von der amerikanischen Fernsehserie Auf der Flucht. Eine Serie aus den 60er Jahren, die die Geschichte von Richard Kimball erzählt, der für ein Verbrechen verurteilt wird, das er nicht begangen hat. Schmitz benutzte diesen Namen als sein erstes Pseudonym. Er war erst 20 Jahre alt und verlieh sich den Namen eines Good Guys, der zum Opfer des Systems wird. Er wollte damit sagen, ich kämpfe gegen die Bad Guys. Und wer sind die Bösen? Leute mit mehr Macht als sie und ich. Ende 1992 veröffentlicht Forbes Magazine ein Porträt der Hacker-Bewegung. Und wählt Kimball als Sinnbild für diese neue Form der Kriminalität aus. Ein 19-jähriger Junge, der sich Kimball nennt. Er ist Deutscher und der Leiter von DOPE, einer internationalen Gruppe von Hackern. Kimball ist der berühmteste Hacker in Deutschland. In dem Artikel brüstet sich Kim damit, ein Computer-Genie zu sein. Er macht sich sogar über die Rückständigkeit des deutschen Datenschutzrechts lustig. Kimball benutzt ein Programm, das er selbst geschrieben hat. Damit kann er sechs PBX-Codes pro Tag stehlen. Er kann nicht belangt werden, weil das Datenschutzrecht in Deutschland lascher ist als in den USA. Jeder PBX-Code ist eine offene Tür für mich. Und gibt an, bis jetzt 500 gestohlen zu haben. In nur ein paar Monaten verdient er mit den Telefoncodes über 200.000 Dollar. Er gibt das ganze Geld für Computer aus. Es wird nicht mehr gekleckert, sondern geklotzt. 1992 kauft er sein erstes Luxusauto. Kim ist süchtig nach Extremen. Damit kompensiert er seine unglückliche und langweilige Kindheit. Er dreht die Musik auf und rast mit über 260 Stundenkilometern über die Autobahn. 1994 bringt ihn seine Sucht nach Geschwindigkeit fast um. Eines Nachts verliert er die Kontrolle über den Wagen und rast in einen Baum. Seine Freundin wird schwer verletzt, aber er bricht sich nur einen Arm. 20 Jahre später spricht er in einer Biografie über diesen Unfall und das Aha-Erlebnis, als er im Krankenhaus aufwacht. Plötzlich wurde mir alles ganz klar. Ich werde mein Leben bis zum Anschlag leben. Mir ist egal, was andere denken. Ich mache, was ich will, was ich liebe. Das Leben ist kurz. Geld ist dafür da, um zu leben und nicht, um es auf Bankkonten zu horten. Ich gebe mein Geld aus, um mein Leben zu genießen. Denn es kann jederzeit zu Ende sein. So begann mein Lebensstil. Aber bevor er dieses Ziel umsetzen kann, wird er erneut zurückgeworfen. Seine Statements in der Presse haben die Behörden neugierig gemacht. Ende 1994 wird seine Wohnung durchsucht. Technik im Wert von 80.000 Dollar wird beschlagnahmt und er landet im Gefängnis. Nach drei Monaten in Untersuchungshaft wird er zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Zu der Zeit gab es noch keine rechtliche Grundlage für den Umgang mit der neuen Cyberkriminalität. Kim Schmitz kommt frei. Er muss neu anfangen. Um seine finanzielle Situation zu verbessern, nutzt er die enormen Sicherheitslücken aus, die in den Computernetzwerken zur damaligen Zeit herrschen. Die Institutionen und die grossen Firmen waren fast völlig ungeschützt. 1992 konnte man sich mit einem Atari ST, einem guten Modem, der richtigen Konfiguration, die man in den USA bekommen konnte, und einer kurzen Einführung in jede Bank und jedes Konto hacken. Die Zeit im Gefängnis hat Kim verändert. Um wieder erfolgreich zu sein, muss er seinen Aktivitäten einen legalen Anstrich geben. Anstatt sich in die Firmen einzuhacken, ändert er die Taktik und gründet seine eigene Firma. Data Protect. Die Idee? Er stellt sich bei Firmenbossen als gefährlicher Hacker vor und setzt sie so unter Druck. Im zweiten Schritt verkauft er ihnen alles, was zum Schutz der Netzwerke nötig ist. Er verspricht, die Daten zu schützen und digitale Eindringlinge auszuschalten. Er rief Firmen an, zum Beispiel den Vorgänger der Deutschen Telekom, und sagte, sie haben eine Sicherheitslücke im System. Die haben ihm Geld und einen Job gegeben. Er war jemand, der Wissen in Geld verwandeln konnte. Schwer sich vorzustellen, dass große Firmen einem bekannten Hacker, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist, ihr Netzwerk anvertrauen. Doch der Bluff funktioniert. Lufthansa, Vodafone, Daimler und selbst die deutsche Börse machen einen Deal mit Schmitz. Zu der damaligen Zeit wussten Firmenbosse nicht, was Computersicherheit ist. Die Datenverarbeitung hielt gerade erst in Firmen Einzug. Es war leicht, als Retter in der Not aufzutreten. Firmen stellten Hacker mit guten technischen Kenntnissen für die Computersicherheit ein. Denn wer eignet sich besser dafür, als eine Person, die in der Lage ist, einen digitalen Angriff durchzuführen? Kim ist nun ein Geschäftsmann, der das Wissen der Hacker ausnutzt. Er hat seine eigenen Weggefährten verraten. Für die Idealisten im CCC ist das zu viel. Als er mal wieder zu einem Meeting erscheint und Leute anwerben will, schreiten Dirk Engling und seine Kollegen ein. Zwei andere Leute und ich haben ihn rausgeschmissen. Er war sauer. Er konnte sich bei uns nicht mehr blicken lassen. Der Hacker-Szene war es wichtig, legitim zu sein. Als Leute gesehen zu werden, die die Welt verbessern. Ab einem gewissen Punkt war Kim.com das völlig egal. Er wollte nur noch Geld verdienen. Die Hacker zeigen Kim die kalte Schulter. Ihm ist es egal. Er braucht sie nicht mehr für seinen Erfolg. Er sucht eine neue Herausforderung. Er investiert in eine brandneue Technologie. Das Internet. 1997 gründet er zwei Start-ups. Die späten 90er waren die verrückten Dotcom-Jahre. Das Internet wurde massenkompatibel. An den Finanzmärkten wurden Firmen, die kaum Gewinn machten, mit Millionen von Dollar gehandelt. Es war eine irre Zeit. Kim ist ein Symbol dieser Zeit. Er wusste, wie man auf dieser Erfolgswelle schwimmt. Damals wollten alle Banker und alle Geschäftsleute in ein heißes Dotcom-Start-up investieren. Kim braucht neue Investoren. Um die mageren Resultate seiner Start-ups zu verschleiern, wirft er sein größtes Kapital in den Ring. Sich selbst. Er präsentiert sich als einen super erfolgreichen Mann, dem niemand widerstehen kann. Er erschafft das Image eines extremen Charakters, eines millionenschweren Grössenwahnsinnigen. Er erkannte, dass das beste Marketing-Werkzeug er selbst ist. Er persönlich. Die Art, wie er Dinge oder sich selbst als Persönlichkeit vermarktet. Der erste Schritt, das Erscheinungsbild. Die respektablen Anzüge verschwinden. Er kreiert eine Art Cartoon-Bösewicht-Outfit. Ab dann sieht man ihn nur noch in Jacke, Hose und schwarzem T-Shirt. Und die Sonnenbrille legt er überhaupt nicht mehr ab. Sein Äußeres ist beeindruckend. Er ist zwei Meter groß und wiegt 140 Kilo. Jetzt hält ihn nichts mehr auf. Wenn Kim.com ein kleiner, blasser Mann gewesen wäre, dann wäre ihm sicherlich nicht so viel Medienaufmerksamkeit zuteil geworden. Aber er war der Bad Boy. Und nur ein Foto und eine gute Überschrift verkauften eine Zeitung. Sein Image wurde zu seinem Erfolg. Zur gleichen Zeit geht seine Internetseite Kimbel.org online. Sie promotet sein neues Image. Kim stellt zahlreiche Fotos von sich auf Reisen online. Vor Privatjets, Luxuskarossen und Helikoptern. Aber nichts davon gehört ihm. Meist posiert er vor irgendwelchen Flugzeugen. Und selbst die Frauen auf den Fotos werden oft dafür bezahlt. Er ließ sich in Autos fotografieren. Mit Nummernschildern wie Mafia, Gott. Das zeigt seinen Größenwahn. Auf einem Bild sitzt er im Whirlpool, komplett angezogen, umgeben von Frauen. Keine Ahnung, ob er sich rächen wollte und an wem. Aber er wollte unbedingt zeigen, dass er erfolgreich ist. Und dass er stolz auf den Erfolg ist. Und sich nicht schämt. Die Strategie funktioniert. Kim Schmitz etabliert seine Figur des Millionärs mit exzessivem Lebensstil in den Medien. Kimball.org Im Jahr 2000 produziert er Kimball in Monaco. Eine 30-minütige Dokumentation über ein Wochenende mit Freunden. In dem Film gibt er an, wo es nur geht. Posiert vor verschiedenen Ferraris und fährt mit lauter Musik Vollgas Richtung Monaco. Er betrieb eine Art Legendenbildung. Er schuf eine Kunstfigur, den Bad Boy. Schöne Frauen, schnelle Autos, VIP-Freunde, Casinos. Er engagierte ein TV-Produktionsteam, ihm überall hin zu folgen. Und er produzierte diese Filme über sich selbst. Die Filmaufnahmen machten ihn legendär. Und wurden überall im Internet verbreitet. Er mietet eine Mega-Yacht und schmeißt eine ausschweifende Party. Der skurrile Riese tanzt ab, umgeben von Jet-Settern. Und er vergisst auch nicht zu zeigen, dass er Dinge auf Augenhöhe mit einem etablierten Geschäftsmann wie Richard Branson diskutieren kann. Er wurde berühmt. Und seine Strategie, eine Show abzuziehen und sich mit den Reichen und Berühmten zu zeigen, half ihm. Denn wenn man sich mit respektablen Leuten zeigt, geht man als respektabel durch. Kim brüstet sich damit, für dieses Video eine Million Euro ausgegeben zu haben und es kostenlos im Internet zu verbreiten. In Wahrheit gibt er mit seinem Jet-Set-Lebensstil an. The movie is over. Go and find more on Kimbles Homepage. Im Jahr 2001 ist Kim 27. Er ahnt, dass die Dot-Com-Blase bald platzen wird. Er verkauft 80% der Anteile an seinen Firmen an eine deutsche Holding, den TÜV Rheinland. Das Management der Holding vertraut ihm blind. Man lässt sich von seinem Image als erfolgreicher Jungunternehmer blenden. Für Kim ist es ein super Deal. Er verdient dabei ungefähr 160 Millionen Euro. Er verkaufte die leeren Hülsen und steckte sich Millionen in die Tasche. Und trotz des Platzens der Blase waren es reale Millionen. Er war wirklich reich, er hatte sein Ziel erreicht. Im gleichen Jahr macht Kim Schmitz wieder in der Presse Furore. Er interessiert sich für das E-Commerce-Start-up Let's Buy It. Er kauft Aktien im Wert von 400.000 Euro, obwohl die Firma an Fahrt verliert. Großspurig kündigt er an, dass er weiter in das Unternehmen investieren wird. Let's Buy It war eine junge Internetfirma, die Probleme hatte. Kim Schmitz kündigte an, dass er 50 Millionen Euro in die Firma investieren wird. Was ihr sehr geholfen hätte. Die Finanzmärkte reagieren sofort. Die Let's Buy It-Aktie verteuert sich um 220%. Anstatt wie versprochen zu investieren, verkauft Kim seine Aktien. Er verdient 1.100.000 Euro an dem Deal und lässt die Firma bankrott gehen. Doch die Staatsanwaltschaft beginnt zu ermitteln. Er wird verhaftet und landet zum zweiten Mal im Gefängnis. Nach sechs Monaten Untersuchungshaft wird er wegen Insiderhandel zu einer Geldstrafe von 100.000 Euro und einer 20-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er saß eine zweite Gefängnisstrafe ab. Und diesmal setzt es ihm mehr zu. Beim ersten Mal kam er aus dem Nichts und landete im Gefängnis. Jetzt tauschte er ein Luxusleben mit der Zelle. Der Kontrast war extrem. Darauf verließ er Deutschland. Aus seiner Sicht hatte er in dem Land nichts mehr verloren. 2001 zieht er nach Hongkong. Hongkong gehört seit 1997 wieder zu China und ist der ideale Ort, um Geld zu verstecken. Hongkong war zur damaligen Zeit eine Sonderverwaltungszone und daher sehr attraktiv für Kim Dotcom. Er konnte von den besonderen Gegebenheiten und der Diskretion der Region profitieren. Hongkong gehörte zu China und auch wieder nicht. Er machte sich das zunutze. Er lebt in einer Steueroase und lässt es sich gut gehen. Geld spielt keine Rolle. Er ist süchtig nach Kameras und lässt sich in immer absonderlicheren Situationen filmen. In diesem Video macht er sich einen Spaß daraus, die Einheimischen mit einem Megafon zu erschrecken. Sein Leben wird immer extravaganter und extremer. 2004 folgt er seiner Leidenschaft für Geschwindigkeit und nimmt am Gumball 3000 teil. Einem durchgeknallten Autorennen quer durch Europa. Wenn wir auf der Highway sind, gehen wir pssst. Es ist nicht nur illegal. Die Tür ist im Arsch, aber wir sind Erster. Sondern auch lebensgefährlich. Das Gumball 3000 ist eine Art Rallye für Superreiche. Er sonnte sich darin, dort ein Champion zu sein. Genauso wie ein Videogame-Champion. Er hatte diese bombastische und gleichzeitig kindische Seite. Er ist ein grosses Kind, das eine perverse Freude daran hat, Leute zu ärgern. Nach seinen Regeln lebt. Sich über Konventionen und guten Geschmack hinwegsetzt. Erfolglos versucht er diese Videos an seine Kontakte im Internet zu schicken. Unmöglich, die Filmdateien sind zu groß, um sie per E-Mail zu verschicken. Die Dateien sammeln sich auf seinem Computer. Dann hat er eine Idee, die sein Leben verändern wird. Kim beauftragt seine wichtigsten Programmierer, eine Webseite zu gestalten, auf die man große Dateien hochladen kann. Und die dank eines einfachen Links jeder herunterladen kann. So bescheiden wie er ist, nennt er die Seite Mega-Upload. Eine revolutionäre Idee, deren volles Potenzial nur er versteht. Drei Jahre lang bewährt sich Kims Idee nicht. Mega-Upload hat nicht genug Kunden und schreibt rote Zahlen. Aber ab 2007 fangen die Leute an, illegal MP3- und Diffex-Dateien herunterzuladen. Die Lage ändert sich. Millionen gewöhnen sich daran, Filme und Musik umsonst zu genießen. Es war in gewisser Weise ein Peer-to-Peer-Modell, wie auch Napster und E-Mule. Die verschwanden, weil die Behörden in vielen Ländern anfingen, das Internet zu überwachen und Leute zu bestrafen, die zu viel teilen. Als Antwort auf die Anti-Piraterie-Gesetze, die überall erlassen werden, wenden sich die User Mega-Upload zu. Hier herrscht Diskretion. Es zog die Leute magisch an, weil es kostenlos war. Und für alle zugänglich. Kim Schmitz ahnt, dass er das Große losgezogen hat. Er verwandelt die Webseite in eine Gelddruckmaschine. Mega-Upload finanziert sich über Werbung. Aber das ist nicht alles. Die Seite ist leicht zu nutzen. Mit einem Klick kann man zum Beispiel ein Album herunterladen. Aber für mehrere und schnellere Downloads muss man zahlen. Der erste Schritt zum großen Reibach war ein Premium-Service, der ein paar Euro kostete und es den Usern erlaubte, die Dateien schneller herunterzuladen. Mehrere Dateien am Tag und zur gleichen Zeit. Dieser Service zahlte sich enorm aus. Denn wenn der User von der Website richtig Gebrauch machen wollte, musste er zahlen. Diese einfache Formel bringt den Erfolg. Millionen nutzen die Webseite. Er weitete den Service aus und ließ auf der ganzen Welt Server installieren. Er wurde zu einem Internet-Riesen. Denn nach Aussagen von Service-Providern machten Mega-Upload-User zu manchen Zeiten 4% des weltweiten Internetverkehrs aus. Und das ist enorm. Zu der Zeit nimmt Mega-Upload schätzungsweise 40 bis 50 Millionen Euro im Jahr ein. Im Jahr 2010 ist Kim 36 und auf der Höhe seines Größenwahns. Er ändert seinen Namen offiziell. Aus Kim Schmitz wird Kim.com. Jahrelang hatte er gesagt, dass er eine Domain mit dem Namen Kim.com will. Alles sollte Kim irgendwas sein. .com symbolisiert den Irrsinn des Internets. Er fand das lustig, es amüsierte ihn. Jetzt mussten ihn die Medien und die ganze Welt Kim.com nennen. Was ist Kim.com? Sein Vorname Kim und .com, was jeder kennt. Er hat seine Identität mit seinem Erfolg im Internet-Business verknüpft. Er ist das Internet, er ist die Welt. Die ganze Welt benutzt .com und kennt den Spitznamen. Was super ist. Ich bin ein Niemand aus Deutschland, der Sohn von einem Niemand. Und jetzt bin ich die Welt. Ich bin .com. Kim.com, die Inkarnation eines Videospiel-Bösewichts, verdrängt den ehemaligen Kim Schmitz völlig. Im Sommer 2010 verlässt er Hongkong und zieht nach Neuseeland. Er sucht ein Haus, das seinem Image entspricht und mietet das teuerste Anwesen im gesamten Land. Kim.coms Haus ist gigantisch. Es gibt unzählige Zimmer. Ich würde mich sicher verlaufen, wenn ich dort allein wäre. Es ist kitschig, überall Stuck und Marmor. Riesig. Er steht auf übertriebenem Dekor. Ein Raum hat mich besonders beeindruckt. Oben ist ein Schlafzimmer und dann Kim.com Suite mit Badezimmer. Daneben gibt es eine Art Schwimmkorridor. Er hat ihn im ersten Stock bauen lassen, um fit zu bleiben. Am Ende des Schwimmkorridors ist ein riesiges Mosaik mit seinem Konterfei. Ein echter Personenkult. Der Mann ist in sich verliebt. Er weiß, dass er ein Genie ist und scheut sich nicht, das zu zeigen. Er kennt keine Scham. Um seine Neuankunft in Neuseeland groß zu feiern, spendiert er der Stadt Auckland zum Jahreswechsel 2010-2011 ein Feuerwerk für 500.000 Euro. Mit Lichterzauber versucht er die Einwohner des Landes für sich zu gewinnen. Seine Sucht nach Medienaufmerksamkeit leitet den Untergang des Internet-Giganten ein. Die Film- und Musikindustrie erklärt der Online-Piraterie den Krieg. Zwar ist Mega-Upload nicht die einzige Webseite, auf der man illegal herunterladen kann, aber die mediengeile Persönlichkeit ihres Chefs zieht unwillkommene Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie schaffte er es, sich sämtliche Hollywood-Studios zum Feind zu machen. Sie waren alle gegen ihn. Wir sprechen über Filmgiganten wie Warner Brothers oder Paramount, die alle beschlossen, ihn zu verklagen. Weil sie der Meinung waren, dass sie alle zusammen seit der Gründung von Mega-Upload 500 Millionen Dollar weniger eingenommen hatten. Es war verrückt. Die Behörden wollten Kim.com zu Fall bringen, denn er war derjenige, der in den Medien am präsentesten war. Er war das Symbol für die Piraterie. Am meisten hassten ihn die USA. Sie wollten seinen Kopf. Sie nahmen Kim.com ins Visier. Die Strategie war, den Chef-Piraten zu Fall zu bringen und alle anderen würden folgen, ohne einen Finger zu rühren. Um ihre kulturelle Identität zu schützen, setzen die amerikanischen Behörden alles daran, Mega-Upload abzuschalten. Erst zählen sie auf Kim.coms Finanzen. Umsonst. Sein Vermögen wurde hervorragend gemanagt. Es war versteckt. Es gab Holdings und Holdings, die seinen Geschäftspartnern und seiner Frau gehörten. Sein Geld war weltweit verteilt. Außerdem ist es unmöglich, das globale Server-Netzwerk von Mega-Upload zu identifizieren. Doch dann schlägt das FBI mit Unterstützung der neuseeländischen Regierung zu. Es wird Anzeige gegen Kim.com erstattet. Und ein Zugriff organisiert. Am 19. Januar 2012, zwei Tage vor seinem 38. Geburtstag, stürmen 76 bewaffnete Beamte und zwei Helikopter sein Anwesen. Kim ist verblüfft. Er hält sich für unantastbar. Niemand sah es kommen, denn er gab ein Vermögen für Anwälte aus, um sich im legalen Rahmen zu bewegen. Er hatte Anwälte in Hongkong, in Ländern, wo es wichtig war und in allen großen Märkten. Niemand dachte, dass es so enden wird. Niemand konnte sich das vorstellen. Aber der Zugriff ist kein Witz. Kim.com und alle seine Partner wandern ins Gefängnis. Seine Bankkonten und seine unzähligen Luxusautos werden beschlagnahmt und Mega-Upload wird abgeschaltet. Diese Bilder gehen um die Welt. Kim.com selbst veröffentlicht sie und benutzt sie als seine Verteidigungsstrategie. Er baut das Image des unschuldigen Opfers auf, das von den Behörden schikaniert wird. Sein Anwalt Robert Amsterdam ist der Meinung, dass es sich um eine Verschwörung Hollywoods gegen seinen Mandanten handelt. Die Demontage von Kim.com reflektiert für mich den Versuch Hollywoods, einen typischen Hollywood-Bösewicht zu erschaffen. Es gab schon seit Jahren Dokumente in Hollywood-Kreisen, die beweisen, dass der Begriff Pirat, den sie nun auf Kim.com anwendeten, für die Studios entwickelt wurde. Von den eigenen Anwälten und Imageberatern. Schon Jahre vorher wurde der Begriff Piraterie erfunden. Denn zwischen den alltäglichen zivilrechtlichen Auseinandersetzungen um Urheberrechte und dem Versuch, jemanden strafrechtlich zu belangen, besteht ein Riesenunterschied. Die Absicht dahinter ist, ihn als gefährlichen Piraten darzustellen. Ein Bösewicht in den Augen Hollywoods sieht so aus wie Kim. Und das ist Teil des Problems. Im Februar 2012 kommt Kim.com auf Kaution frei. Ab nun steht er unter Hausarrest und darf sich nicht ins Internet einloggen. Im Laufe der Zeit gelingt es seinen Verteidigern, das Urteil abzumildern und die Auslieferung an die USA so lange wie möglich zu verzögern. Er darf wieder ins Internet und plant ein Comeback. Im Januar 2013 lanciert er seine neue Webseite MEGA. Eine gesetzeskonformere Version von MEGA Upload. Doch die Erfolgsformel bleibt. Feuerwerk, Techno und heiße Tänzerinnen. The Megaman of the Megamoment. Multimillionär Madman. Kim Dotcom! Kim hat sich verändert. Keine kindischen Extravaganzen. Er ist weiser und politisch engagiert. Kim Dotcom erfindet sich als Verteidiger des freien Internets neu. Er nimmt an einer Konferenz mit Julian Assange und Edward Snowden teil. Er steigt in die Politik ein und gründet im Januar 2014 die Internetparty. Hallo und willkommen bei der Internetparty. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ich heisse Kim Dotcom und stelle Ihnen eine neue Partei vor, die Neuseeland dringend braucht. Für mich hat Kim Dotcom fast die Aura eines Gurus. Er präsentiert sich als eine Art Retter der Menschheit. Oder zumindest des Internets. Leute, die ihn kennen, sind entweder für oder gegen ihn. Er lässt niemand gleichgültig. Er sieht sich selbst als den dritten Internethelden nach Edward Snowden und Julian Assange. Doch der gewünschte Erfolg stellt sich nicht ein. Im September 2014 gewinnt seine Internetparty keinen Sitz im Parlament. Und nach einem zweijährigen Rechtsstreit ist kein Ende der Verhandlungen in Sicht. Es geht nicht spurlos an ihm vorbei. Sein Enthusiasmus lässt nach. Auf der einen Seite stehen die amerikanischen Behörden, die ein Exempel statuieren wollen. Auf der anderen Seite jemand, der alles tut, um nicht verurteilt zu werden. Der viel Geld hat und sich daher einen sehr teuren Prozess leisten kann. Und das für eine sehr lange Zeit. Es ist eine verfahrene Situation. Aber den Amerikanern muss klar sein, dass er die Ressourcen hat, sich zu verteidigen. Es gehört schon was dazu, den USA ein derartiger Dorn im Auge zu sein. Es wird einsam um Kim.com. Er verliert seine neuseeländischen Anwälte einen nach dem anderen. Und da das Verfahren läuft, darf er sein Haus nicht verlassen. Er ist ein Gefangener in seinem Vergnügungspark. Er hatte seine guten Zeiten. Und jetzt ist er wieder ganz unten. Heute verbringt er seine Zeit mit Essen, Schlafen und dem Spielen von Call of Duty. Er kann die Realität um sich herum nicht mehr kontrollieren und wird wieder zu Kim Schmitz. Wie in seiner Kindheit sucht er Zuflucht in Videospielen und der virtuellen Realität. Eine Serie aus den 60er Jahren, die die Geschichte von Richard Kimball erzählt, der für ein Verbrechen verurteilt wird, das er nicht begangen hat. Schmitz benutzte diesen Namen als sein erstes Pseudonym. Er war erst 20 Jahre alt und verlieh sich den Namen eines Good Guys, der zum Opfer des Systems wird. Er wollte damit sagen, ich kämpfe gegen die Bad Guys. Und wer sind die Bösen? Leute mit mehr Macht als sie und ich. Ende 1992 veröffentlicht Forbes Magazine ein Porträt der Hackerbewegung. Und wählt Kimball als Sinnbild für diese neue Form der Kriminalität aus. Ein 19-jähriger Junge, der sich Kimball nennt. Er ist Deutscher und der Leiter von DOPE, einer internationalen Gruppe von Hackern. Kimball ist der berühmteste Hacker in Deutschland. In dem Artikel brüstet sich Kim damit, ein Computergenie zu sein. Er macht sich sogar über die Rückständigkeit des deutschen Datenschutzrechts lustig. Kimball benutzt ein Programm, das er selbst geschrieben hat. Damit kann er sechs PBX-Codes pro Tag stehlen. Er kann nicht belangt werden, weil das Datenschutzrecht in Deutschland lascher ist als in den USA. Jeder PBX-Code ist eine offene Tür für mich. Und gibt an, bis jetzt 500 gestohlen zu haben. In nur ein paar Monaten verdient er mit den Telefoncodes über 200.000 Dollar. Er gibt das ganze Geld für Computer aus. Es wird nicht mehr gekleckert, sondern geklotzt. 1992 kauft er sein erstes Luxusauto. Kim ist süchtig nach Extremen. Damit kompensiert er seine unglückliche und langweilige Kindheit. Er dreht die Musik auf und rast mit über 260 Stundenkilometern über die Autobahn. 1994 bringt ihn seine Sucht nach Geschwindigkeit fast um. Eines Nachts verliert er die Kontrolle über den Wagen und rast in einen Baum. Seine Freundin wird schwer verletzt, aber er bricht sich nur einen Arm. 20 Jahre später spricht er in einer Biografie über diesen Unfall und das Aha-Erlebnis, als er im Krankenhaus aufwacht. Plötzlich wurde mir alles ganz klar. Ich werde mein Leben bis zum Anschlag leben. Mir ist egal, was andere denken. Ich mache, was ich will, was ich liebe. Das Leben ist kurz. Geld ist dafür da, um zu leben und nicht, um es auf Bankkonten zu horten. Als kleiner Junge war Kim fasziniert von der amerikanischen Fernsehserie Auf der Flucht. Eine Serie aus den 60er Jahren, die die Geschichte von Richard Kimball erzählt, der für ein Verbrechen verurteilt wird, das er nicht begangen hat. Schmitz benutzte diesen Namen als sein erstes Pseudonym. Er war erst 20 Jahre alt und verlieh sich den Namen eines Good Guys, der zum Opfer des Systems wird. Er wollte damit sagen, ich kämpfe gegen die Bad Guys. Und wer sind die Bösen? Leute mit mehr Macht als sie und ich. Ende 1992 veröffentlicht Forbes Magazine ein Porträt der Hacker-Bewegung und wählt Kimball als Sinnbild für diese neue Form der Kriminalität aus. Ein 19-jähriger Junge, der sich Kimball nennt. Er ist Deutscher und der Leiter von DOPE, einer internationalen Gruppe von Hackern. Kimball ist der berühmteste Hacker in Deutschland. In dem Artikel brüstet sich Kim damit, ein Computergenie zu sein. Er macht sich sogar über die Rückständigkeit des deutschen Datenschutzrechts lustig. Kimball benutzt ein Programm, das er selbst geschrieben hat. Damit kann er sechs PBX-Codes pro Tag stehlen. Er kann nicht belangt werden, weil das Datenschutzrecht in Deutschland lascher ist als in den USA. Jeder PBX-Code ist eine offene Tür für mich. Und gibt an, bis jetzt 500 gestohlen zu haben. In nur ein paar Monaten verdient er mit den Telefoncodes über 200.000 Dollar. Er gibt das ganze Geld für Computer aus. Es wird nicht mehr gekleckert, sondern geklotzt. 1992 kauft er sein erstes Luxusauto. Kim ist süchtig nach Extremen. Damit kompensiert er seine unglückliche und langweilige Kindheit. Er dreht die Musik auf und rast mit über 260 Stundenkilometern über die Autobahn. 1994 bringt ihn seine Sucht nach Geschwindigkeit fast um. Eines Nachts verliert er die Kontrolle über den Wagen und rast in einen Baum. Seine Freundin wird schwer verletzt, aber er bricht sich nur einen Arm. 20 Jahre später spricht er in einer Biografie über diesen Unfall und das Aha-Erlebnis, als er im Krankenhaus aufwacht. Plötzlich wurde mir alles ganz klar. Ich werde mein Leben bis zum Anschlag leben. Mir ist egal, was andere denken. Wenn Kim.com ein kleiner, blasser Mann gewesen wäre, dann wäre ihm sicherlich nicht so viel Medienaufmerksamkeit zuteil geworden. Aber er war der Bad Boy. Und nur ein Foto und eine gute Überschrift verkauften eine Zeitung. Sein Image wurde zu seinem Erfolg. Zur gleichen Zeit geht seine Internetseite Kimbel.org online. Sie promotet sein neues Image. Kim stellt zahlreiche Fotos von sich auf Reisen online. Vor Privatjets, Luxuskarossen und Helikoptern. Aber nichts davon gehört ihm. Meist posiert er vor irgendwelchen Flugzeugen. Und selbst die Frauen auf den Fotos werden oft dafür bezahlt. Er liess sich in Autos fotografieren. Mit Nummernschildern wie Mafia, Gott, etc. Das zeigt seinen Grössenwahn. Auf einem Bild sitzt er im Whirlpool, komplett angezogen, umgeben von Frauen. Keine Ahnung, ob er sich rächen wollte und an wem. Aber er wollte unbedingt zeigen, dass er erfolgreich ist. Und dass er stolz auf den Erfolg ist. Und sich nicht schämt. Die Strategie funktioniert. Kim Schmitz etabliert seine Figur des Millionärs mit exzessivem Lebensstil in den Medien. Im Jahr 2000 produziert er Kimball in Monaco. Eine 30-minütige Dokumentation über ein Wochenende mit Freunden. In dem Film gibt er an, wo es nur geht. Posiert vor verschiedenen Ferraris und fährt mit lauter Musik Vollgas Richtung Monaco. Er betrieb eine Art Legendenbildung. Er schuf eine Kunstfigur, den Bad Boy. Schöne Frauen, schnelle Autos, VIP-Freunde, Casinos. Er engagierte ein TV-Produktionsteam, ihm überall hin zu folgen. Und er produzierte diese Filme über sich selbst. Die Filmaufnahmen machten ihn legendär und wurden überall im Internet verbreitet. Er mietet eine Mega-Yacht und schmeißt eine ausschweifende Party. Der skurrile Riese tanzt ab, Ullhof verkauft hat. Er macht sich daran, profitablere Daten zu finden und zu verkaufen. Seine Gruppe, die sich Dope nennt, stiehlt eine Liste von PBX-Codes von den Servern amerikanischer Firmen. Mit den Codes kann man kostenlos telefonieren. Die Raubkopien verkauft er zu einem guten Preis. Er war kein Hacker, aber er begriff, dass man mit Hacken Geld verdienen kann. Die wirklichen Hacker hatten daran kein Interesse. Er hatte keine Skrupel. Er konnte riechen, dass man in der Hacker-Szene Kohle machen kann. Und deswegen gab er vor, ein Teil davon zu sein. Dank des Verkaufs der Telefoncodes kann sich der 18-Jährige einen Namen in der Berliner Hacker-Szene machen. Er ändert seinen Namen und nennt sich ab sofort Kimball. Eine Anspielung auf die Hauptfigur in der Fernsehserie Auf der Flucht. Als kleiner Junge war Kim fasziniert von der amerikanischen Fernsehserie Auf der Flucht. Eine Serie aus den 60er Jahren, die die Geschichte von Richard Kimball erzählt, der für ein Verbrechen verurteilt wird, das er nicht begangen hat. Schmitz benutzte diesen Namen als sein erstes Pseudonym. Er war erst 20 Jahre alt und verlieh sich den Namen eines Good Guys, der zum Opfer des Systems wird. Er wollte damit sagen, ich kämpfe gegen die Bad Guys. Und wer sind die Bösen? Leute mit mehr Macht als sie und ich. Ende 1992 veröffentlicht Forbes Magazine ein Porträt der Hacker-Bewegung. Und wählt Kimball als Sinnbild für diese neue Form der Kriminalität aus. Ein 19-jähriger Junge, der sich Kimball nennt. Er ist Deutscher und der Leiter von DOPE, einer internationalen Gruppe von Hackern. Kimball ist der berühmteste Hacker in Deutschland. In dem Artikel brüstet sich Kim damit, ein Computer-Genie zu sein. Er macht sich sogar über die Rückständigkeit des deutschen Datenschutzrechts lustig. Kimball benutzt ein Programm, das er selbst geschrieben hat. Damit kann er sechs PBX-Codes pro Tag stehlen. Er kann nicht belangt werden, weil das Datenschutzrecht in Deutschland lascher ist als in den USA. Jeder PBX-Code ist eine offene Tür für mich. Und gibt an, bis jetzt 500 gestohlen zu haben. In nur ein paar Monaten verdient er mit den Telefoncodes über 200.000 Dollar. Er gibt das ganze Geld für Computer aus. Er konnte mit Leuten auf der ganzen Welt Kontakt aufnehmen, ohne das Haus zu verlassen. Es gab eine internationale Gemeinschaft, bevor das Internet existierte. Programme und Spiele wurden per Mailbox ausgetauscht. Oder per Post. Über dieses Netzwerk vor dem Internet sammelt Kim Videospiele. 1989 ist er 15 und entdeckt, dass er die Spiele mit einem einfachen Code auf eine Diskette kopieren kann. Er beginnt die Raubkopien der Spiele zu verkaufen, um sein Taschengeld aufzubessern. Mit diesem schnell verdienten Geld kann sich Kim endlich den modernen Computer kaufen, von dem er träumt, sich aber nicht leisten kann. Er bricht die Schule ab, um sich seiner Leidenschaft vollständig zu widmen. Er hat eine Vision. Mit seinen IT-Kompetenzen wird er jemand werden und das triste Kiel verlassen. Er hatte keine glückliche Kindheit und er wollte die unbedeutende Stadt Kiel so schnell wie möglich verlassen. Um jemand zu werden. Jemand, den die Leute auf der ganzen Welt kennen. 1990 zieht Kim Schmitz nach Berlin. Die Mauer ist gerade gefallen und in der neuen Hauptstadt ist alles möglich. In der Stadt brodelte es. Alle wollten dabei sein. Viele Computerfreaks zogen nach Berlin. Es gab eine junge Hacker-Szene. Und er wurde Teil dieser Szene. Der Junge zog nach Berlin, um Leute zu treffen und zu lernen. Und gleichzeitig sein Leben zu verändern. Endlich war er an einem Ort, wo was los war und er etwas erreichen konnte. Kaum ist er angekommen, macht er sich zum Alexanderplatz auf. In diesem Gebäude hat der größte Zusammenschluss von Hackern in Europa seinen Sitz. Der CCC, der Chaos Computer Club. Kim verbringt mehr und mehr Zeit dort und nimmt ein Konferenzenteil, in dem sich die jungen, rebellierenden Hacker austauschen. Noch glaubt man an eine utopische Zukunft. Es waren Freaks, die genau wissen wollten, wie die Dinger funktionieren. Aber auch Philosophen, die glaubten, dass Computer die Welt zu einem besseren Ort machen. Seine Sucht nach Medienaufmerksamkeit leitet den Untergang des Internet-Giganten ein. Die Film- und Musikindustrie erklärt der Online-Piraterie den Krieg. Zwar ist Mega-Upload nicht die einzige Webseite, auf der man illegal herunterladen kann, aber die mediengeile Persönlichkeit ihres Chefs zieht unwillkommene Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie schaffte er es, sich sämtliche Hollywood-Studios zum Feind zu machen. Sie waren alle gegen ihn. Wir sprechen über Filmgiganten wie Warner Brothers oder Paramount, die alle beschlossen, ihn zu verklagen, weil sie der Meinung waren, dass sie alle zusammen seit der Gründung von Mega-Upload 500 Millionen Dollar weniger eingenommen hatten. Es war verrückt. Die Behörden wollten Kim.com zu Fall bringen, denn er war derjenige, der in den Medien am präsentesten war. Er war das Symbol für die Piraterie. Am meisten hassten ihn die USA. Sie wollten seinen Kopf. Sie nahmen Kim.com ins Visier. Die Strategie war, den Chefpiraten zu Fall zu bringen und alle anderen würden folgen, ohne einen Finger zu rühren. Um ihre kulturelle Identität zu schützen, setzen die amerikanischen Behörden alles daran, Mega-Upload abzuschalten. Erst zählen sie auf Kim.coms Finanzen. Umsonst. Sein Vermögen wurde hervorragend gemanagt. Es war versteckt. Es gab Holdings und Holdings, die seinen Geschäftspartnern und seiner Frau gehörten. Sein Geld war weltweit verteilt. Außerdem ist es unmöglich, das globale Servernetzwerk von Mega-Upload zu identifizieren. Doch dann schlägt das FBI mit Unterstützung der neuseeländischen Regierung zu. Es wird Anzeige gegen Kim.com erstattet. Und ein Zugriff organisiert. Am 19. Januar 2012, zwei Tage vor seinem 38. Geburtstag, stürmen 76 bewaffnete Beamte und zwei Helikopter sein Anwesen. Kim ist verblüfft. Er hält sich für unantastbar. Niemand sah es kommen, denn er gab ein Vermögen für Anwälte aus, um sich im legalen Rahmen zu bewegen. Er hatte Anwälte in Hongkong, in Ländern, wo es wichtig war und in allen grossen Märkten. Niemand dachte, dass es so enden wird. Niemand konnte sich das vorstellen. Aber der Zugriff ist kein Witz. Kim.com und alle seine... Und an wem. Aber er wollte unbedingt zeigen, dass er erfolgreich ist. Und dass er stolz auf den Erfolg ist. Und sich nicht schämt. Die Strategie funktioniert. Kim Schmitz etabliert seine Figur des Millionärs mit exzessivem Lebensstil in den Medien. Kimball.org Proudly presents Kimball Goes Monaco Im Jahr 2000 produziert er Kimball in Monaco. Eine 30-minütige Dokumentation über ein Wochenende mit Freunden. In dem Film gibt er an, wo es nur geht. Posiert vor verschiedenen Ferraris und fährt mit lauter Musik Vollgas Richtung Monaco. Er betrieb eine Art Legendenbildung. Er schuf eine Kunstfigur. Den Bad Boy. Schöne Frauen, schnelle Autos, VIP-Freunde, Casinos. Er engagierte ein TV-Produktionsteam, ihm überall hin zu folgen. Und er produzierte diese Filme über sich selbst. Die Filmaufnahmen machten ihn legendär und wurden überall im Internet verbreitet. Er mietet eine Mega-Yacht und schmeißt eine ausschweifende Party. Der skurrile Riese tanzt ab, umgeben von Jet-Settern. Und er vergisst auch nicht zu zeigen, dass er Dinge auf Augenhöhe mit einem etablierten Geschäftsmann wie Richard Branson diskutieren kann. Er wurde berühmt. Und seine Strategie, eine Show abzuziehen und sich mit den Reichen und Berühmten zu zeigen, half ihm. Denn wenn man sich mit respektablen Leuten zeigt, geht man als respektabel durch. Und eigentlich, was das hier heißt, Kim Schmitz and Associates. Kim brüstet sich damit, für dieses Video eine Million Euro ausgegeben zu haben und es kostenlos im Internet zu verbreiten. In Wahrheit gibt er mit seinem Jet-Set-Lebensstil an. Im Jahr 2001 ist Kim 27. Er ahnt, dass die Dot-Com-Blase bald platzen wird. Er verkauft 80% der Anteile an seinen Firmen an eine deutsche Holding, den TÜV Rheinland. Das Management der Holding vertraut ihm blind. Man lässt sich von seinem Image als erfolgreicher Jungunternehmer blenden. Für Kim ist es ein super Deal. Er verdient dabei ungefähr... ...com. Kim.com, die Inkarnation eines Videospiel-Bösewichts, verdrängt den ehemaligen Kim Schmitz völlig. Im Sommer 2010 verlässt er Hongkong und zieht nach Neuseeland. Er sucht ein Haus, das seinem Image entspricht und mietet das teuerste Anwesen im gesamten Land. Kim.coms Haus ist gigantisch. Es gibt unzählige Zimmer. Ich würde mich sicher verlaufen, wenn ich dort allein wäre. Es ist kitschig. Überall Stuck und Marmor. Riesig. Er steht auf übertriebenem Dekor. Ein Raum hat mich besonders beeindruckt. Oben ist ein Schlafzimmer und dann Kim.com Suite mit Badezimmer. Daneben gibt es eine Art Schwimmkorridor. Er hat ihn im ersten Stock bauen lassen, um fit zu bleiben. Am Ende des Schwimmkorridors ist ein riesiges Mosaik mit seinem Konterfei. Ein echter Personenkult. Der Mann ist in sich verliebt. Er weiß, dass er ein Genie ist und scheut sich nicht, das zu zeigen. Er kennt keine Scham. Um seine Neuankunft in Neuseeland groß zu feiern, spendiert er der Stadt Auckland zum Jahreswechsel 2010-2011 ein Feuerwerk für 500.000 Euro. Happy New Year! Baby, you're in the world! Mit Lichterzauber versucht er die Einwohner des Landes für sich zu gewinnen. Seine Sucht nach Medienaufmerksamkeit leitet den Untergang des Internet-Giganten ein. Die Film- und Musikindustrie erklärt der Online-Piraterie den Krieg. Zwar ist Mega Upload nicht die einzige Webseite, auf der man illegal herunterladen kann, aber die mediengeile Persönlichkeit ihres Chefs zieht unwillkommene Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie schaffte er es, sich sämtliche Hollywood-Studios zum Feind zu machen. Sie waren alle gegen ihn. Wir sprechen über Film-Giganten wie Warner Brothers oder Paramount, die alle beschlossen, ihn zu verklagen. Weil sie der Meinung waren, dass sie alle zusammen seit der Gründung von Mega Upload 500 Millionen Dollar weniger eingenommen hatten. Es war verrückt. Die Behörden wollten Kim.com zu Fall bringen, denn er war derjenige, der in den Medien am präsentesten war. Er war das Symbol für die Piraterie. Am meisten hassten ihn die USA. Sie wollten seinen Kopf. Sie nahmen Kim.com ins Visier. Die Strategie war, den Chefpiraten zu fragen. Er interessiert sich für das E-Commerce-Startup Let's Buy It. Er kauft Aktien im Wert von 400.000 Euro, obwohl die Firma an Fahrt verliert. Großspurig kündigt er an, dass er weiter in das Unternehmen investieren wird. Let's Buy It war eine junge Internetfirma, die Probleme hatte. Kim Schmitz kündigte an, dass er 50 Millionen Euro in die Firma investieren wird. Was ihr sehr geholfen hätte. Die Finanzmärkte reagieren sofort. Die Let's Buy It-Aktie verteuert sich um 220 Prozent. Anstatt wie versprochen zu investieren, verkauft Kim seine Aktien. Er verdient 1.100.000 Euro an dem Deal und lässt die Firma bankrott gehen. Doch die Staatsanwaltschaft beginnt zu ermitteln. Er wird verhaftet und landet zum zweiten Mal im Gefängnis. Nach sechs Monaten Untersuchungshaft wird er wegen Insiderhandel zu einer Geldstrafe von 100.000 Euro und einer 20-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er saß eine zweite Gefängnisstrafe ab und diesmal setzte es ihm mehr zu. Beim ersten Mal kam er aus dem Nichts und landete im Gefängnis. Jetzt tauschte er ein Luxusleben mit der Zelle. Der Kontrast war extrem. Darauf verließ er Deutschland. Aus seiner Sicht hatte er in dem Land nichts mehr verloren. 2001 zieht er nach Hongkong. Hongkong gehört seit 1997 wieder zu China und ist der ideale Ort, um Geld zu verstecken. Hongkong war zur damaligen Zeit eine Sonderverwaltungszone und daher sehr attraktiv für Kim.com. Er konnte von den besonderen Gegebenheiten und der Diskretion der Region profitieren. Hongkong gehörte zu China und auch wieder nicht. Er machte sich das zunutze. Er lebt in einer Steueroase und lässt es sich gut gehen. Geld spielt keine Rolle. Er ist süchtig nach Kameras und lässt sich in immer absonderlicheren Situationen filmen. In diesem Video macht er sich einen Spaß daraus, die Einheimischen mit einem Megafon zu erschrecken. Sein Leben wird immer extravaganter und extremer. 2004 folgt er seiner Leidenschaft für Geschwindigkeit und nimmt am Gumball 3000 teil. Einem durchgeknallten Autorennen quer durch Europa. Es ist nicht nur illegal. Die Tür ist im Arsch, aber wir sind Erster. Sondern auch lebensgefährlich. Das Gumball 3000 ist eine Art Rallye für Superreiche. Er sonnte sich darin, dort ein Champion zu sein. Genauso wie ein Videogame-Champion. Er hatte diese bombastische und gleichzeitig kindische Seite. Glaubt man an eine utopische Zukunft? Es waren Freaks, die genau wissen wollten, wie die Dinger funktionieren. Aber auch Philosophen, die glaubten, dass Computer die Welt zu einem besseren Ort machen. Und auch ein paar Verrückte, wie in allen Bewegungen, die die Welt verändern. Die Hacker waren tendenziell eher linksorientiert. Sie wollten teilen und nicht Geld verdienen. Ihnen ging es nicht ums Geld, sondern nur um den Inhalt ihrer Arbeit. Sie verständigten sich in einer technischen Sprache. Jemand, der nichts über IT und Computer wusste, konnte sie nicht verstehen. Um ein Mitglied des CCC zu werden, muss Kim Schmidt seine Computerkenntnisse demonstrieren. Aber die ersten Programmiersitzungen zeigen, dass er nicht so talentiert ist, wie er immer denkt. Kim war kein guter Hacker. Aber er war sehr geschickt darin, die Kenntnisse und Kompetenzen anderer für seinen eigenen Vorteil zu nutzen. Natürlich verstand er die Technologie. Er war kein Dummkopf. Er hatte kapiert, welchen Nutzen ihm seine neue Umgebung bringen kann. Diese Erkenntnis bestimmt sein weiteres Handeln. Er hängt im CCC ab und freundet sich mit anderen jungen Hackern an, die talentierter sind als er. In dieser Zeit lernt er Emmanuel Gaudet, einen französischen ITler, online kennen, der später einer der leitenden Manager bei Mega Upload wird. Er hatte das Talent, sich mit kompetenten Leuten zu umgeben und sie für sich arbeiten zu lassen. Er ist eine sehr spezielle Persönlichkeit. Er weiß, wie man Leute anzieht. Manipuliert ist nicht das richtige Wort. Sagen wir, wie man sie dazu bringt, bei seiner Vision mitzumachen. Kim erinnert sich an die Videospiele, die er auf dem Schulhof verkauft hat. Er macht sich daran, profitablere Daten zu finden und zu verkaufen. Seine Gruppe, die sich Dope nennt, stiehlt eine Liste von PBX-Codes von den Servern amerikanischer Firmen. Mit den Codes kann man kostenlos telefonieren. Die Raubkopien verkauft er zu einem guten Preis. Kim hätte...